Das Konzentrationslager Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Es wurde zwischen Juli 1937 und April 1945 auf dem Ettersberg bei Weimar als Arbeitslager betrieben. Insgesamt waren in diesem Zeitraum etwa 266.000 Menschen aus allen Ländern Europas im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Die Zahl der Todesopfer wird auf etwa 56.000 geschätzt, darunter 15.000 Sowjetbürger, 7.000 Polen, 6.000 Ungarn und 3.000 Franzosen. Bei Annäherung der Dritte US-Armee übernahm am 11. April 1945 die Häftlinge die Leitung des Lagers von der Abzenden-SS. Nahmen 125 der Bivacier fest, öffneten die Tore und hüsten die weiße Fahne. Bereits seit dem 8. April hatten viele Häftlinge durch Boykott und Sabotage ihre von den Nationalsozialisten sogenannte Evakuierung verhindert und die US-Armee per Funk um Hilfe gerufen. Nach Abzug der US-Truppen wurden Teile des Geländes von der sowjetischen Besatzungsmacht als Speziallagernummer 2 genutzt. Es existierte bis 1950, dort starben 7.000 Menschen. Auf dem Gelände des ehemaligen Lagers wurde 1958 die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eröffnet. Ab 1991 wurde die Gedenkstätte Buchenwald neu gestaltet. Sie enthält viele Ausstellungen zur Geschichte des Konzentrationslagers. Überblick Im Juli 1937 begannen Häftlinge aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Sachsenburg und Lichtenburg mit der Errichtung des Konzentrationslagers Buchenwald. Bei der Namensgebung hatten die Verantwortlichen der Konzentrationslager um Inspekteur Theodor Eicke ein Problem, da es sich in unmittelbarer Nähe zu Schloss und Park Ettersburg auf dem Ettersberg befand. Das Schloss ist mit Goethe und damit der Weimarer Klassik verbunden. Goethe wurde von den Nationalsozialisten politisch instrumentalisiert als eine Verkörperung des deutschen Geistes. Daher war die Benennung Konzentrationslager Ettersberg von vornherein nicht opportun. Zumal die Nationalsozialistische Kulturgesellschaft in Weimar einen Spruch gegen diese Namensgebung erhoben hatte. Eine Zuordnung zum benachbarten Hottelstedt schied aus, weil sich dann die SS-Lagermannschaft, obwohl im Umkreis von Weimar liegend, mit einer geringeren Besoldung als Ortsüblich hätte zufrieden geben müssen, der Vorschlag Eicke's KL. Hochwald-Post-Weimar wurde auf Veranlassung Heinrich Himmlers in KL. Buchenwald-Post-Weimar abgeändert. Somit war einerseits der Name offiziell nicht mit dem Ort verbunden, andererseits bekam die Mannschaft ihr Gehalt nach der Ortslage von Weimar. Zum Lagerkommandanten wurde Karl Otto Koch ernannt. Bis zum Jahresende war das Lager mit 2.561 Gefangenen belegt. Schon 1937 starben 48 Menschen im Lager. Zunächst war das Lager für politische Gegner des Naziregimes, vorbestrafte Kriminelle und sogenannte Asoziale sowie Juden. Zeugen Jehovas und Homosexuelle bestimmt, ab dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden zunehmend Menschen aus anderen Ländern interniert. Bei der Befreiung im April 1945 waren 95% der Häftlinge keine Deutschen. Vor allem nach 1943 wurden im KZ Buchenwald und in seinen insgesamt 136 Außenkommandos KZ-Häftlinge rücksichtslos für die Rüstungsindustrie ausgebeutet. Daher war Buchenwald kein Vernichtungslager mit industrieller Vernichtung und Verwertung wie die großen Konzentrationslager in Polen. Dennoch wurden viele Gefangene von der SS ermordet oder starben an den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Manche Häftlingsgruppen wurden zur sofortigen Ermordung in der Genickschussanlage auselektiert, wie etwa sowjetische Kriegsgefangene. Anfang 1945 wurde das Lager zur Endstation für Todesmärsche aus Auschwitz und Großrosen. Kurz vor der Befreiung versuchte die SS das Lager zu räumen und schickte 28.000 Häftlinge auf Todesmärsche. Etwa 21.000 Häftlinge, darunter über 900 Kinder und Jugendliche, blieben im Lager. Am 11. April 1945 erreichten Einheiten der Dritte US-Armee den Ettersberg. Die SS-Floh-Häftlinge der Geheimen Widerstandsorganisation öffneten das Lager von innen. Nach der Befreiung mussten sich 1947 im Buchenwald Hauptprozess ein und 30 Personen für die Verbrechen in Buchenwald vor einem US-Militärtribunal verantworten. Darunter auch die Witwe des ehemaligen Kommandanten Ilse Koch. Es wurden 22 Todesurteile ausgesprochen sowie 5 lebenslängliche und 4 begrenzte Freiheitsstrafen. Von den Todesurteilen wurden bis 1951 9 vollstreckt. Der ehemalige Lagerkommandant Hermann Pister starb in der Haft. Ilse Koch blieb dort bis zu ihrem Suizid 1967. Alle übrigen Verurteilten wurden bis Mitte der 1950er Jahre amnestiert. Punkt. Punkt. Aufbau des Lagers. Das Konzentrationslager Buchenwald war in drei voneinander abgesonderte Bereiche unterteilt und unterhielt bis Kriegsende außerdem mehr als 100 ständige Arbeitskommandos und Nebenlager in Mittel- und Westdeutschland. Schutzhaftlager. Das Lager für die sogenannte Schutzhaft wurde terrassenförmig in nördlicher Hanglage des Ettersbergs errichtet. Um eine bessere Überwachung zu ermöglichen, vom Haupttor aus gab es einen vollständigen Überblick über das ganze Lager. Es war von einem drei Kilometer langen und drei Meter hohen Stacheldrahtzaun, einem Elektrozaun mit einer Spannung von 220 380 Stil eines Volts und von 22 mit Maschinengewehren ausgerüsteten dreistöckigen Wachtürmen umgeben. Die Häftlinge waren in 34 Holzbaracken und 16 zweistöckigen Steinbaracken untergebracht. Das Häftlingslager erstreckte sich zuletzt über eine Fläche von 40 Hektar. Zum Schutzhaftlager gehörten neben einem etwa 15.000 Quadratmeter großen Appellplatz mehrere Gebäude und Lager. Das Torgebäude mit Arrestzellen war eine Mord- und Folterstätte des Lagers. Der Kommandant ließ hier Häftlinge arrestieren, um sie zu bestrafen oder Informationen und Geständnisse zu erpressen. Es wurde die KZ-Lagerordnung angewandt. Das Lagertor trägt die Inschrift, jedem das seine, welche vom Appellplatz auszulesen ist. Diese auf den ersten Blick widersinnige Inschrift war gezielt gewählt. Sie sollte die Inhaftierten täglich im negativen Sinne daran erinnern, dass sie nur das bekommen, was sie verdienen. Buchenwald war das einzige Konzentrationslager, das diese Inschrift trug. Sie wurde vom Bauhausarchitekten Franz Ehrlich, der bis 1943 selbst in Buchenwald inhaftiert war, auf Befehl der Nationalsozialisten entworfen. Ehrlich wählte hierfür eine als enttatet eingestufte Schriftart des Bauhauses, was jedoch der Lagerleitung nie auffiel. Das 1940 fertiggestellte Krematorium hatte, neben dem Verbrennungsraum im Keller, einen Sezierraum und eine Pathologie zum Herausbrechen von Goldzähnen. Die ersten Verbrennungshöfen lieferte die Erfurter Firma Topf & M. Söhne bereits im Dezember 1939. Bis zum Frühjahr 1941 wurden weitere Öfen von der Firma angeliefert und eingebaut. An im Keller des Krematoriums befindlichen Wandhaken wurden viele Häftlinge hingerichtet. Als eines der prominentesten Opfer wurde hier in der Nacht vom 17. auf den 18. August 1944 der Reichstagsabgeordnete und KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann am Eingang zum Ofenraum auf direkten Befehl Adolf Hitlers erschossen. Das Judenlager war ein abgetrenntes Lager innerhalb des Schutzhaftlagers. Es wurde nach der Masseneinlieferung im Zuge der Pogrome der Reichspogromnacht errichtet. Die Lebensbedingungen waren hier besonders schlecht. Ein weiteres kleines Lager wurde 1938 errichtet, um bei Überbelegung des Lagers genutzt zu werden und Bestand aus fensterlosen Wehrmachtspferdestellen. Es wurde vor allem für die Unterbringung arbeitsunfähiger Häftlinge und als Quarantänelager verwendet. Ab 1943 war es ständig belegt. Die Lebensbedingungen waren katastrophal, die Sterblichkeit hoch. Die ehemaligen Pferdeställe waren für 50 Pferde ausgelegt und nun wurden bis zu 1960 Häftlinge dort untergebracht. Im Häftlingskrankenbau wurden Häftlinge von Mithäftlingen behandelt. Ausgebildeten Ärzten allerdings war das Praktizieren verboten. Der Krankenbau war der zentrale Ort des Mordes mittels Giftspritzen durch SS-Ärzte. Er war aber auch Ort des internen Lagerwiderstandes, zu dem auch die Arbeitsstatistik gehörte. Diese war Teil der Lagerverwaltung und wurde von den Häftlingen besorgt. Hier war es für den Widerstand möglich, die Listen für Arbeitsheinsätze und Transporte in die Vernichtungslager abzuändern. In der Kinobaracke konnten 1941 bis 1943 Häftlinge gegen Zahlung abgelaufene Uferfilme sehen sowie kleinere, von der SS genehmigte Sport- oder Kulturveranstaltungen abhalten. Die SS nutzte dieses Gebäude allerdings auch zur Bestrafung und Folterung von Gefangenen. Ab 1943 gab es innerhalb des Schutzhaftlagers zudem ein Lagerbordell für Häftlinge als Antriebsmittel für höhere Leistungen. Zu diesem Zweck wurden im Juli 1943 16 weibliche Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück nach Buchenwald verbracht und zur Prostitution gezwungen. Darüber hinaus befanden sich auf dem Geländemagazin Baracken, eine Küche, ein Kartoffelkeller, eine Wäscherei, eine Effekten, eine Bekleidungs- und eine Gerätekammer, eine Gärtnerei, eine Häftlingskantine und eine Bücherei. Punkt. Übungslager Buchenwald Das SS-Übungslager Buchenwald bildete den eigentlichen SS-Bereich und befand sich südlich des Schutzhaftlagers. So bestand es wie die Übungslager Dachau und Sachsenhausen aus mehreren Unterbereichen. In der Nähe des Tores zum Schutzhaftlager befand sich die Lagerverwaltung. Dort war die Lagerkommandant-Uhr mit dem Büro des Kommandanten, der Adjutantur, der Gestapo sowie Einrichtungen des Truppenstabes und der politischen Abteilung untergebracht. Südlich davon folgte die SS-Kaserne mit 16 Gebäuden. Diese waren im Halbrund angeordnete Hundertschaftsgebäude der SS-Totenkopfstandarte, Thüringen mit Casinos, Waffenkammern, einem Truppenlazarett, Schieß- und Exerzierplätzen, Großgaragen und zwei Tankstellen. Es waren Kapazitäten für mehr als ein Regiment vorhanden. Dies war einer der großen Stützpunkte und Ausbildungsstätten der Waffen-SS. In der Mitte des Übungslagers war das Sonderlager Fichtenhain installiert. Außerhalb des eigentlichen eingezäunten Lagers entstand ein 1942-43. eine Gruppe von Isolierbaracken für prominente Insassen. Inhaftiert waren hier unter anderem Rudolf Breitscheidt, Mafalda von Savoyen und Fritz Thyssen. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden hier auch beteiligte Offiziere und Politiker sowie deren Familien eingesperrt. Ein anderer Ort für die Arrestierung von prominenten Häftlingen war das SS-Falkner-Haus. Hier waren der frühere Ministerpräsident der französischen Volksfrontregierung, Leon Blum, sowie andere Regierungsmitglieder untergebracht. Darunter Edouard Dalladier und Paul Reinaut. Auf Befehl des Lagerkommandanten Koch wurde 1940 zuerst eine Reithalle nordwestlich der Kaserne erbaut. Dort hatten Koch und seine Frau Ilse das alleinige Nutzungsrecht. Gegenüber der Reithalle entstand ein 55 Meter langer Pferdestall. Auf Kommissarbefehl des Wehrmacht-Oberkommandos wurde er nach dem Eintreffen der ersten sowjetischen Gefangenen 1941 umgebaut und mit einer Genickschussanlage versehen. Unter dem Vorwand einer medizinischen Untersuchung wurden hier zwischen 1941 und 1945 zahlreiche Häftlinge und über 8.000 der insgesamt 8.483 ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen durch das berüchtigte Kommando 99 hingerichtet. Zur Unterhaltung der SS und deren Familien wurde unweit des Zaunes des Schutzhaftlagers der SS-Zoo errichtet. 1940 wurden innerhalb des SS-Lagers ein Falkenhof und ein Wildgehege eröffnet, die auch der Bevölkerung offen standen. Im Jahr 1944 richtete die SS ein Bordell für fremdvölkische Wachmänner ein. Den im KZ Buchenwald zum Wachdienst eingesetzten ukrainischen SS-Männern war der Umgang mit deutschen Frauen verboten. Die SS selektierte für dieses Bordell polnische Frauen aus dem KZ Ravensbrück und zwang sie zur Prostitution. Drei Kilometer östlich des KL entstand eine Wohnsiedlung mit Einfamilienhäusern für Angehörige der SS. Punkt. Punkt. Westlich der SS-Kaserne war ein Steinbruch angelegt. Die Arbeit dort galt als die härteste und wurde meist von Strafkompanien ausgeführt. Häufig wurden hier Häftlinge von der SS auf der Flucht erschossen. Der Rüstungsbetrieb Gustloff-Werk II des Weimarer Fritz-Saukel-Werks wurde 1943 eröffnet und war Arbeitsstätte für etwa 4.500 Häftlinge. Sie wurden von der SS-Lagerleitung an den Betrieb vermietet. Bei dem alliierten Bombenangriff am 24. August 1944 wurde der Betrieb fast völlig zerstört. Die deutschen Ausrüstungswerke, ein Rüstungsunternehmen der SS, gründete 1940 innerhalb des Schutzhaftlagers eine Produktionsstätte für bis zu 1.400 Häftlinge. Hier wurde für den Kriegsbedarf der Waffen-SS produziert und bevor der Pferdestall zu diesen Zwecken umgebaut worden war, eine Vielzahl sowjetischer Kriegsgefangener exekutiert. Außenlager bis zum Kriegsende unterhielt das GZ Buchenwald bis zu 136 Außenlager und Außenkommandos. Diese wurden hauptsächlich zur Rüstungsproduktion und anderen Fabrikationen genutzt. Sie gelten daher mehr als Arbeits- denn als Vernichtungslager. Die Häftlinge mussten bei Unternehmen wie IG Farbenindustrie, Krupp AG, AAS AG, Siebel Flugzeugwerke, Bochumer Verein, Dortmunder Union, Vereinigte Stahlwerke AG, Fort Köln, Junkers Flugzeug- und Motorenwerke, Deutsche Reichsbahn und Anenaguss Stahlwerk Zwangsarbeit leisten. Auch in den Außenlagern wurden Menschen hingerichtet oder sterben an den vorherrschenden Bedingungen. Einige Außenlager wurden im Verlauf des Krieges zu Konzentrationslagern umfunktioniert, beispielsweise das GZ Dora Mittelbau bei Nordhausen.